Wird Deutschland die Europameisterschaft 2024 gewinnen? Jamie Carragher hat eine klare Meinung dazu. Bleibt dran, um seine spannenden Vorhersagen zu erfahren. Carragher erwartet einige packende Viertelfinalbegegnungen. Er prognostiziert, dass Deutschland auf Spanien treffen wird. Beide Teams haben eine starke Turniergeschichte. Aber Carragher glaubt, dass der Heimvorteil Deutschland den entscheidenden Vorteil verschaffen wird. Ein weiteres Viertelfinale sieht England gegen Ungarn. Carragher ist optimistisch, dass England diese Hürde nehmen wird. Besonders dank Jude Bellingham und Harry Kane. In einem weiteren spannenden Match sieht Carragher Portugal gegen die Türkei. Portugal wird laut Carragher zu stark für die Türkei sein. Das letzte Viertelfinale ist Frankreich gegen Belgien. Carragher glaubt, dass sie Belgien besiegen werden, um ins Halbfinale einzuziehen. Im ersten Halbfinale treffen Deutschland und Portugal aufeinander. Carragher betont, dass der Heimvorteil und die Unterstützung der Fans Deutschland ins Finale tragen werden. Er sieht die deutsche Mannschaft als zu stark für Portugal an, besonders in einem ausverkauften Olympiastadion in Berlin. Das zweite Halbfinale ist ein echter Kracher. England gegen Frankreich. Carragher erinnert daran, dass England bei der Weltmeisterschaft 2022 knapp gegen Frankreich verloren hat. Er glaubt, dass Frankreich erneut die Oberhand behalten wird. Spieler wie Kylian Mbappé und Antoine Griezmann könnten den Unterschied ausmachen. Im Finale sieht Carragher Deutschland gegen Frankreich. Er glaubt, dass die Erfahrung und die Qualität der französischen Spieler den Ausschlag geben werden. Frankreich hat viele Spieler, die bereits Weltmeister sind. Carragher ist der Meinung, dass diese Erfahrung entscheidend sein wird, um den Druck eines Finales in Deutschland zu bewältigen. Diese Tiefe und Qualität werden laut Carragher den Unterschied machen. Carragher schließt seine Prognose mit der Vorhersage, dass Frankreich die Europameisterschaft 2024 gewinnen wird. Wird er recht behalten? Wir werden es bald herausfinden. Teile deine eigenen Vorhersagen in den Kommentaren.